Im Laufe der Gruppenphase der Siedler-WM 21 etablierte sich unter Trojaner-Spielern der sogenannte Mana-Aufbau. Dazu habe ich bereits ein eigenes Video gemacht und entgegen meiner Erwartungen haben einige Spieler die Strategie auch für gewöhnliche HGHG-Runden, wie sie in den Playoffs gespielt wurden, weiterentwickelt und erzielen gute Ergebnisse damit. Nun hat Foto herausgefunden, dass die Wikinger etwas ähnliches erreichen können, wenn auch nicht gänzlich aus eigener Kraft. Nun fragt ihr euch vielleicht, was die Wikinger mit Mana sollen? Zauber wie Köstlichkeiten, die eine komplette Strategie tragen können, gibt es sonst nicht wirklich. Tatsächlich ist Mana aber auch gar nicht unser Endziel, dafür muss ich aber erst eine andere Spielmechanik erklären. Wie ihr sicher wisst, seht es einige Waren, die nur von bestimmten Völkern produziert und verwendet werden können. Damit meine ich nicht mal Schwefel, das kann von allen Völkern produziert werden. Ich meine so Dinge wie die verschiedenen Sorten von Alkohol, Sonnenblumenöl, Munition und die Waffen für Spezialeinheiten. Falls diese Waren im Besitz eines anderen Volkes landen, folgt das Spiel gewissen Regeln. Spezialwaffen verwandeln sich in das Gegengestück des anderen Volkes. Im Fall der Römer werden Schwerter daraus, was insofern Sinn ergibt, dass sie die Täter auch mit Schwertern rekrutiert werden. Im Endeffekt aber auch egal, weil es kostentechnisch keinen Unterschied macht, welche Waffe man produziert. Wein, Mehl, Tequila und Sonnenblumenöl verwandeln sich ebenfalls wie erwartet in das jeweilige Gegenstück. Das ergibt ebenfalls Sinn, da sich die spielerischen Eigenschaften dieser Waren nicht ändern. Diese Mechanik verhindert, dass wir nutzlose Waren in unserer Siedlung rumliegen haben, wenn wir eine feindliche Siedlung erobern, in der völkerspezifische Waren rumliegen. Siedler 3 hat diese Mechanik tatsächlich nicht. Nach dem, was ich gehört habe, stößt das Spiel sogar ab, wenn ein anderes Volk als die Amazonen versucht, Honig oder Mehl zu transportieren. Sowas ist immer schlecht. Munition ist hier ein Sonderfall. Sie verwandelt sich nicht und völkerfremde Munition kann auch nicht von Kriegsmaschinen aufgenommen werden. Dementsprechend gibt es auch keinen Sonderfall für die Wikinger, die gar keinen Munitionszweig haben, sondern stattdessen Mana verwenden. Es gibt auch keine Möglichkeit, unsere regulären Träger zum Transport dieser Waren zu bewegen, da kein Gebäude sie verwendet und weder Lager noch Marktplätze angewiesen werden können, völkerfremde Waren anzufordern. Hier vermute ich ganz ehrlich, dass das Entwicklerteam, insbesondere nach den personellen Wechseln, die nach Release des Hauptspiels kamen, einfach vergessen hat, dass Kriegsmaschinen und Kriegsschiffe existieren. Die Tatsache, dass weder Kriegsmaschinen noch Blasfrau-Schützen oder Rucksackatapultisten Mana Copter angreifen können, würde dafür sprechen. Aber was hat das alles mit den Wikingern zu tun? Nun, die Wikinger, Mayas und Trojaner produzieren ihre Mana-Endprodukte nicht direkt, sondern produzieren erst Honig, Agaven oder Sonnenblumen. Untereinander verwandeln sie sich auch in ihre jeweiligen Gegenstücke. Interessant wird es, wenn ein Römer im Spiel ist. Landen diese Waren auf römischem Gebiet, werden sie zu Getreide. Etwas komisch, aber auch das ergibt Sinn. Einfach verschwinden lassen wäre ziemlich lame, man will den Spieler ja belohnen, wenn er feindliches Gebiet erobert. Getreide ist am nächsten dran. Honig ließe sich theoretisch auch als Nahrung verwenden, Sonnenblumen und Agaven sind immerhin auch Pflanzen. Fertiger Wein würde zwar logisch Sinn ergeben, dann würde aber ein Rohstoff zu einer verarbeiteten Ressource. In der Hinsicht ist Weizen also gleichfertiger. Theoretisch hätte man auch alles andere nehmen können, aber wenn aus Honig auf einmal Stein oder sowas wird, ergibt das halt noch weniger Sinn. Also wo ist jetzt die Strategie? Ganz einfach, wenn ein römischer Verbündeter vorhanden ist, können Wikinger, Mayas und Trojaner diesem einfach ihr Mana-Grundprodukt schicken und es als Getreide zurückschicken lassen. Im Idealfall richtet der römische Spieler hierzu einen eigenen kleinen Eko-Sektor ein, so dass sein eigenes Getreide nicht verschickt wird. Theoretisch könnte man auch das Gebiet eines römischen Gegners ausnutzen, aber auch wenn es möglich ist, feindliche Marktplätze zu beliefern, wird euer Gegner wohl kaum einen bauen oder so nett sein, euch das Getreide zurückzuschicken. Da wärt ihr also auf Diebe beschränkt. Theoretisch können alle nicht-römischen Völker dieser Strategie folgen, aber die Wikinger haben den potenziell größten Nutzen. Eine Getreidefarm produziert unter idealen Umständen je nach Volk im Durchschnitt 1,6 bis 1,7 Getreide pro Minute. Eine Sonnenblumenfarm hat einen vergleichbaren Output, die Agavenfarm produziert im Idealfall 1,8 Agaven pro Minute. Die Imkerei schafft problemlos fast 3,6 Honig pro Minute, mit Blumen sogar 3,8. Und alle diese Gebäude kosten nur halb so viel wie eine Getreidefarm, brauchen kein Werkzeug und mit Ausnahme der Sonnenblumenfarm auch weniger Platz. Die Wikinger kriegen also problemlos 4 Getreidefarm zum Preis von einer, sofern ein römischer Partnerspieler vorhanden ist, der ihnen ein wenig hilft. Um ehrlich zu sein, liebe ich es ja, wenn man Spielmechaniken wie diese auf clevere Weise ausnutzen kann. Und aufwändigere Strategien, insbesondere wenn sie Spielerkooperationen erfordern, sollten ohnehin stärker sein als die gewöhnlichen. Daher hoffe ich, dass wir sie in Teamspielen vielleicht etwas öfter sehen. An dieser Stelle sollte ich wohl noch eine Ergänzung zu meinem Eselvideo machen. Ihr könnt einen Esel auch vor einen Karren spannen und diesen dann zum Warentransport nutzen. In diesem Fall erhält der Esel die dreifache Transportkapazität. Das könnte auf Hagi eine Alternative zum Auer einer Eselzucht darstellen, wenn sich der Karren nicht einfach weigert zu arbeiten. Aber diese Details überlasse ich gerne fähigere Spielern als mir. Ich werde die Karriere dieser Strategie jedenfalls mit großem Interesse verfolgen.